Diese beiden ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen begeistern bei den Schuh-Step-Awards in Hamburg. Zahlreiche Stars waren zu Gast bei der Preisverleihung des Schuhhändlers Deichmann. Doch diese zwei Models wussten am meisten aufzufallen. Lovlin Anne Batschi, Gewinnerin der 8. Staffel der Show, sowie Anutida Ploypatch, die zweite von Staffel 10. Letztere machte erst kürzlich an der Seite von Rapper Crow auf sich aufmerksam, zu dem ihr eine Beziehung nachgesagt wurde. Lovlin hat derweil im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht und kümmert sich aktuell weiter um ihre Modelkarriere. Ach übrigens, wenn ihr gerne wissen wollt, was unsere Topmodels immer so treiben, dann abonniert doch jetzt einfach unseren neuen WhatsApp-Newsletter. Geht einfach auf unsere Homepage www.itsintv.de. Dort erfahrt ihr alles.